Musik 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 Ja, ich hab dich nicht entdeckt Ja, wo bist du denn, du Trottl? Ja, wo bist du denn, du Trottl? Vorwärts, gib mir Deckung! Verdammt, ich seh doch nix Oh, der ist auch unter uns Ah, der ist auch unter uns Wo steckt er? Ja Du hast die Rosen, siehst nix Ja, das stimmt Er wollte hochkommen, der Penner Gehen wir hier, oi oi Scheiße! Wo denn? Verfuckte Scheiße hier Ah ja, halt die Klappe Ich hab zwei ja, bist du auf dem Dach Ja Ja Unterstellerzonsfeuer! Rechte Planke! Schnell! Wir sind zum sterben da Ja So, ich hätte schwören können, Hitler hat im ersten Weltkrieg in der bayerischen Armee gedient In einem der Reserve Regimente Regimente Doch vorhin erzählte er die Geschichte, wie er dabei bei der Schlacht um den Skakarak an Bord der SMS der Flinger stationiert war Das würde ich nur allzu gern überprüfen Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen muss Hm Mainu, Marene oder Armee? Hm Skakarak Ja, Skakarak Skakarak, ich weiß zwar nicht was das ist, aber Klingt gefährlich Klingt gefährlich Ja Das ist wahnsinnig gefährlich Oh Feuer einstellend! Feuer einstellend! Feuer einstellend! Hm Gibt's doch noch jemand so rum? Ja, wir müssen irgendwo hier außen rüber gehen Glaub ich mal So Ja, das ist schon blöd, wenn da ins Verderber range und weiß nicht wo dran bist Hm Was läuft? Laufen wir mal weiter Warte, da sind ja die zwei Ja 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 Schlimme Sache Mal gucke was da steht So Ich habe gehört, was die anderen gesagt haben Der Führer in Nordafrika sei nichts weiter als ein Double Ich war Teilnehmer der Begrüßungsparty für unseren obersten Feldherren Wir kennen den Mann Oho, ok Der mir das eiserne Kreuz verlehen hat Der Mann auf dem Weg nach Toprak ist kein Double Ok Also Enderischand Ich habe keine Wort verstanden Ja Ja Fisch gehabt Wo bist du hin? Oben Auf dem Dach bin ich irgendwie Aber ich glaube ich bin hier irgendwie falsch Ich wollte eigentlich gucken ob hier irgendwo noch Leute auf dem uns warten, aber Ich bin kein einziger Da ist das Snipernest Ja 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 irgendwas ist da oben drüben Aber dann müssen wir irgendwie da rüber Aber wie kommen wir da rüber Unten hat es eine Plane Oh Ich guck mal mit Warte mal hier links unter uns Ich guck gerade mal ob irgendwelche Leute unterwegs sind Ja auf der Karte sieht man einen Na wo denn? Na Karte siehste So graue Gestalten Der andere sehe ich nicht Der muss hier auch irgendwo sein Sehe nichts Da muss noch einer sein Das waren drei Stück Hm Gehen wir mal runter Ja ja Mal nur gucken Also der nach Toprak war kein Doppel Hm Ein Doppel? Ja du bist der andere ein Doppel Muss man hier auf die Ja Was siehst du da unten ist er doch Ich seh den nicht Ja auch nicht Ich hör nur Hm Geh im Haus hinter uns Muss irgendwie die Treppe hoch kommen Du hast doch gar keine Treppe oder? Hör den nur Seh den nicht Ja scheiße Ja logisch haben wir eine Gesellschaft Aber du bist ja nicht da Komm mal da rüber Da drüben hat's Da muss man ja rüber laufen oder? Kannst ja gar nicht Da kommt man nicht rüber ne? Ne Müssen wir hier runter gehen irgendwo Du kannst doch da lang laufen Ja aber da Weißt du du hast hier ne Wohn Ein Haus oder Einen Raum oben Und hast keine Treppe hoch Wie kommen denn die Leute sonst hoch hier? Laufen die jedes Mal über die Bridge hier oder wat? Hast du den erwischt? Ja Da war das so schön Ah Mia geh zurück Ich hab's gesehen Geh zurück Zurück Na? Da ist außen ist ne Ist ne Ding Da muss man aus dem Fenster raus Im Haus drin Achso Da muss man erstmal wissen Hm Da meinst du Ja da muss man irgendwie raus Da hat's ne Leiter runter Rechts hat's Leiter Leiter Ja Ja Wenn man's nicht kennt Dann muss man's gucken Ey aber nicht auf meinen Kopf Mia Ja ich steh drauf Ich steh drauf ja Hast du gemacht hier Ich geh mal runter Ja ich muss ja auch runter Mach nur du Geh mal runter Ja aber du hättest mich beschützen können Wo denn? Achso wo denn? Könnt ja sein dass noch einer rumläuft hier Das hätt ich gemerkt Ich glaub jetzt grad noch schnell Geh mal Was ist da? Guck Da ist Sanitator Juhu Verbandsgrasch Man weiß nie was drin ist Überraschung Verbandsgrasch Verbandsgrasch Überraschung So Na komm Oma Ich hätt ja auch hoch einstellen können Ja Hätt ich machen können Guck Kann man da rein noch? Nein Vorrücken Vorrücken Ja wartet auf andere Spöler Na das hab ich vorhin auch Ja Steam hat ja solche Probleme hier Das ist Wahnsinn Mhm Ah Das kann ruhig stabiler laufen So Mal öffnen da hin Informant Informant Den dürfen wir nicht töten oder was? Opa servieren Was denn Opa servieren? O Observieren Achso Achso Observieren nicht O Opa servieren Dann Opa servieren den mal Dann gehen wir dann in die Fenster Oh oh Da untersteht einer Hey da steht einer auf dem Fenster Soll ich den weg killen? Danke Mia dass du mir sagst Nein Kannst du auch mal mit mir reden verdammt Ja dann mach doch Ja da ist ein bisschen zu spät wenn du schießt Ja der hat mich doch gesehen Ja jetzt sehen dich alle mal in mir Du bist lustig Du kannst doch nicht Du musst doch hier mit leise schießen Nicht voll Wieso Ich bin da ganz oder gar nicht Okay Dann machen wir halt alles weg hier Machen wir auf Rambo Ja genau Ich hab gedacht wir machen es ruhig Weißt du er hat gesagt Observieren und ich ja hier Da unten ist der Keks Observierbarer Typ da Du machst den eh kaputt Der rennt erwisch weg da Weißt du wir hätten den beobachten sollen Der schießt auf uns Das passt schon Die anderen sollen Den dürfen wir wahrscheinlich eh nicht töten da Nee Feuern erst auf meinen Befehl Du kriegst aber auch keinerlei Information ne Nein wir müssen den observieren Das heißt hinterher rennen Und ich hier Ballern und äh Und äh Kommst du jetzt mit Oder bleibst du da oben Ich komm mit Ich komm Ich erscheine Ja ist gut Ho Oh Aber erst noch klauen Nein du musst jetzt mitkommen Den müssen wir jetzt observieren man Dumb dum 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 Kommst du jetzt mit? Aber nichts zeigen lassen, gell? Bleiben wir mal versteckt. Ja. Der muss nämlich dann auch wieder weglaufen, da. Das ist ein Informant. Nein, der schießt auf uns. Da ist kein Informant. Da war doch einer gestanden. Er steht doch da am Stern. Aber ich glaube nicht, dass wir den töten müssen. Oder müssen wir den töten? Ich weiß es nicht. Beim ersten war es besser. Immer wenn ich eine Nachricht bekomme. Observieren heißt es. Ja, observieren heißt beobachten. Aber der steht ja nur blöd runter. Kann man hier rüberjumpen oder nicht? Weil der müsste ja irgendwo hinlaufen. Aber der macht ja... Oh. Das ist falsch hier. Das ist scheiße. Der hat uns gesehen. Ja, aber wie müssen wir denn observieren hier? AAAAA.